So, ich habe die Brücken geschafft. Allerdings jetzt mit einer anderen Methode und leider auch nicht unter dem Budget. Aber ich spiele das jetzt erstmal mit über dem Budget weiter. Ich kann es euch mal zeigen. Und dann probiere ich am Ende vielleicht nochmal das Brücken unter dem Budget zu schaffen. Das Mittelstück ist gleich witzig. Das dreht sich weg. Und durch sind wir. So, gehen wir mal zur nächsten Straße. 17 Stück. Ich denke mal, da fehlen ein paar Straßen. Tja, okay. Schauen wir erstmal, wie weit wir hier kommen mit den Straßen. Wir haben beide gleichzeitig los. Ne, es geht ja nicht. Ich denke mal, da fehlen ein paar Straßen. Ich denke mal, da fehlen ein paar Straßen. Jetzt mal erst ein bisschen stabil machen. Okay. 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 Das ist heute ein hoch. So, genau. Jetzt knallen wir hier mal kurz. Stopp die Tetra. Ne, das war. Hm. Ich denke mal, ich habe ein bisschen nicht mehr. So, vielleicht nur ein bisschen. Oh, ich habe ja auch genug Geld eigentlich. Hm. Ich denke mal, dass es gut Geld ist. Ich denke mal, dass es gut Geld ist. Oh, no, no, no. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das hat er ja noch nicht gemacht. So, dann müsste er hier rein fallen, der Kleiner. Ja, also, dann müsste er erst ein schneller rein. Vielleicht kommt er doch so weiter, ist der Winkel nicht mehr so steil. Vielleicht kommt er dann noch mal ein bisschen auf Geschwindigkeit auf den letzten Meter. Das kann wieder eine Ewigkeit dauern, muss ich das rausklappen, wie ich das mache. Ja. Untertitelung. BR 2018 Er ist eigentlich so steil. Eine Straße brauche ich. Er ist eigentlich so steil. Er ist eigentlich so steil. Ich denke mir nicht, dass ich es schaffe. Ich mache einen runter hier. Okay, machen wir aber noch ein weiter. Oh, sieht es doch schon prima aus. Okay. Okay. Ich habe schon am Anfang hier vorne gebrochen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Okay. Aber so schnell hier. Zack, 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 zack. Warum bricht er denn hier an Anfang? So. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Äh. Strasse. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. so leute ihr werdet mal die Brücke weiter bauen ich werde es euch zeigen wenn sie fällig ist ich hoffe ich werde es noch in diesem leben schaffen ich habe euch viel spaß und auf wiedersehen tschu tschu